dein typ ist aber geil die jacke sieht richtig cool aus ja ich habe auch so ein fettes scharf schützengewehr jetzt bei dem nebel das naja was willst du machen ja ja stimmt du hast ja eine schöne schalldämpfer das könnten auch mal wieder machen mit schalldämpfer durch die gegend genauso beide mit schalldämpfer und so leise wie möglich mal versuchen ja das nicht so einfach aber mit messern halten also ja ich habe nichts anderes leider was geil wäre wenn man munition nicht munition sondern waffen irgendwie finden könnte ja das wäre auch cool das stimmt dass man sich die vielleicht so selber zusammenbauen kann oder so dass man was weiß ich drei waffenteile findet und dann damit es nicht ganz so einfach ist dass man da eine waffe hat irgendwie noch mal extra ja oder wenn es so special waffen gäbe die man nur finden kann aber nicht kaufen kann oder so zum beispiel ich habe mal die saaten mut hier um dach platt gemacht das ist sehr gut ich habe mal ruhe für ruhe gesorgt ich gehe schon mal kurz weiter ich will mal ausspähen die sind ja scheinbar auch alle so ziemlich leise unterwegs na also es gibt ja jetzt habe ich ein schuss mal gehört aber es stimmt es eher weniger geworden also manchmal hörst du ja echt viel aber saaten mutter so ist platt ich komme als in deine richtung ja das wir sind so am mauer vorsprünge ich dachte dass der munition lag aber war nicht weil diese schalldämpfer waffe hat auch 2468 schuss du kannst du eigentlich auch ganz gut was mitnehmen also ich habe die schwamm mutter weg gemacht ah cool ich auch und den hinweis löse ich mal hin was gelöst sich auch ein gerade wird zufällig hier oben irgendwie komischerweise und hier gibt es auch scheiße hier gibt es auch noch munition ok ja haben wir schon die spinne geklärt wo es eine munitionskiste jetzt sind hat da drin alles klar ja manchmal sieht man diese scheiße nicht so gut ne echt was liegt denn hier rum teller leiser die zu töten mit deiner waffe als wenn man die messer ja messern ist lauter ja da machen die dann genau blitz schlitz genau die sind immer nur die ganze zeit am bläblä als hätten sie erstmal oder so die nur so am poltern könnte sein dass da schon geballert wird mhm oh mutti jo platt und ein oh hier ist noch eine die mordler mhm jo der ist platt aber diese waffe ist trotzdem nicht so laut finde ich ja das stimmt vom klang her ist die auch so ja also es knallt schon vorsicht also gut also es knallt schon aber es ist natürlich also da ist dann ruhe da ist noch eine no oh jetzt müsste ich sie richtig treffen oh ja jetzt hast du sie das war knapp mhm ganz gut was vertragen hier gibt's heilung aber die brauchst du wahrscheinlich auch nicht ne nö nächste munitionskiste wäre da ganz gut okay es ist da drüben mhm letztes mal fand ich die eine runde ganz geil wo die spinne draußen rumgelaufen ist ja das war echt cool ja man ja auch nicht so oft ist munition oh nein ist das ne mutti ne das die natürlich angezündet der sack okay aber nicht schlimm die spinne läuft da drinnen schon rum tja wollen wir da rein oder ja können wir machen na gut oh gott aua aua oh gott wo ich lässt laufen mal nach unten ah jetzt hat es mich erwischt nämlich auch ich bin voll grün jetzt sehe gar nichts es kann es weiter gehen ich versuche die mal anzuzünden wo bist du bist unten ich bin unten ja ich hier mal verbunden scheiße wo ist jetzt hat es mich wieder angesprungen die ist echt draußen wird aber schon geballert ist auch keine munition groß drin doch oben war ein bisschen was brauchst du noch dann kann ich gleich markieren alles klar es hat mich umgeworfen dies nicht und draußen im mordler ich glaub's ja nicht her zum glück aber unten ja das hier oben um doch mal nach planen hier jetzt branche aber ich glaube es verband super entweder hat sie mich gewissen oder auf mich wurde geschossen ich habe ich dich angeschossen aber die war direkt hinter dir glaub ich ja ich brauche mal irgendwie das ist die blutung stoppen findet oder raus rennen ich muss mal medikit neben kurz alter geht ihr wohl ein arsch offen ich war gerade am verbinden ja deswegen groß aber gleich ist sie da ist die letzten die ist wirklich nervig ich habe wieder volle energie wenn ich hier rausgehe wurde das war die spinne oder war auf mich geschossen ich glaube das war die spinne du bist ja so umgefallen warte wie kann die denn durch das holz hier auf mich schießen mega kräfte alter was kommt zeigt die spinne jetzt ist sie gleich durch sante ist ich hatte ja früher mal vogelstritten gehabt wir haben sich wirklich genauso verhalten gut und ich habe keinem keine munition mehr ist aber ich habe auch nicht viel so ich durchsuchen mal irgendwas vielleicht habe ich auch was übersehen ja ich auch ich habe wenigstens noch in eine volle pistole und ausreichend für bist du geschossen nähe oder außen rum geballert ich lege hier mal eine falle vor die tür das habe ich auch noch nicht gehabt dass ich hier keine munition gefunden habe oder aus neben mutter läuft darum der richtig gute laune ist vielleicht gar nicht schlecht dann können die von der seite nicht ich weiß mal unten vor das eine tor hier so eine stacheldraht scheiße hin können die dazu zumindest nicht rein ok ok jetzt das war anders als ich dachte jetzt komme ich aber echt nie prädulie kein messer nur faustschlag keine munition ich glaube jetzt haben sie ihn angeschossen kann das sein ich bin ich habe einmal verbrauchsgüter gesammelt bin nach draußen gerannt habe munition geholt und kommen wieder rein geht gar nicht den angeschossen nähe oder die und wer hat denn die mordler angeschossen oder emulator oder was weiß ich das heißt ich komme rein ich habe jetzt auch wieder ein paar paar schuss wenigstens so im grunde genommen müssten wir die besseren karten haben wenn wir hier drin sind aber da ist munition da kann ich aber nicht raus und wer hat mich getroffen ich weiß aber nicht womit ok oder bist du in der falle getreten nee eigentlich nicht das war irgendeine explosion von wo die hat einer reingeschossen nimmt ich habe aufgenommen ja hier vorne sind sie gut wo müssen wir raus eigentlich hier lang ich gucke mal hier sind keine wo lass uns raus rennen hier sind doch welche unten nicht gut und kommen wieder ran oh gott da manchmal hat er ein bisschen ja das ist scheiße hä wieso habe ich den nicht gesehen mit der sicht auch scheiße der ist hier oben der ist schon oben und hat mich durch die wand erschossen alter scheiße keine chance der war zu gut der ist genau nicht dass meinstig öfter ca ich Vielen Dank.